Oh, hallo, wann sind wir hier endlich mal fertig, Junge? Nein! Fick dich! Alter, die Scheiße kotzt mich so an! Gott sei Dank, kann ich hier eine Beschleunigung machen, ey! Scheiß drauf! Fick dich, du Missturnsohn, Alter! Oh. Goh! Also Show! Ah, nur weil ich den scheiß State machen wollte, ey. Fick dich. Ey, scheiß jetzt hier auf alles, ey. Was soll man denn scheiß allein machen hier? Drecksroten Münzen und alles. Scheiß jetzt auf... Alter! Ey, könntest du durchdrehen, ey, bei der Scheiße. Okay. Okay. ein h schilder merken Pause zu drücken ja Ja, komm, mach. Da ist mein One-Up wieder drin. Danke. Boah, alter Schwede. Mach's doch knapp. Boah. Oh, ich weiß. Ey, fickt euch doch. Oh, endlich. Wir sind durch. Scheiß doch die Wand an, ey. Ja. Gesterben. 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 Sehr schön. Meine Fresse, ey. Weh, der hat jetzt nicht aufgenommen, ey. Der kriegst die Krise. Ah, Yoshi, du bist sehr stark. Aber bei diesem Gegner wirst du keinen Schwachpunkt finden. Hä, 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 hä. Hä, na, 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 na. Ah, wie war die Scheiße? Scheiße. Oh, ich krieg ja... Meine Eier werden ja gar nicht verballert. Oh. Och, Mann. Ey, das ist irgendwie assi hier, ne? Ihr wisst, das ist euch schon klar. Boah, alter. Na, endlich. Mal ein Treffer. Oh, hallo, wie oft noch? Ach, alter, wie oft muss ich denn den treffen? Normal wäre immer dreimal. Den musst du gleich 50.000 Mal treffen, oder was? Na, fickel dich doch, ey. Echt? Oh, ja, Kamek, los. Danke. Danke, dass du mir das ersparst. Hm, ich hasse es. Oh, ja, Kamek, los. Ja, komm. Yoshi, du Fotzen-Dino, ey. Gibt's nicht. Gibt es nicht. Nein, das gibt's einfach nicht. Alter, da könntest du durchdrehen. Durchdrehen könntest du da. So ein Drecksgegner, ey. Musst schon fünfmal treffen, oder zehnmal, oder was weiß ich nicht. Gar keine Zeit für die Scheiße. Um so oft zu treffen. Selbstverständlich mache ich mir jetzt ein Safe-State, ey. Kaka alleine machen. Boah, Mann, Yoshi, du hast immer im falschen Augenblick keine Eier mehr. Komm, jetzt trifft das Dreckswie. Boah, Yoshi. Gewöhn dir mal an, mehr Eier tragen zu können. Ja. Nein. Oh, Gott sei Dank. Boah. Meine Fresse. Was ein Scheiß-Gegner, ey. Ich krieg drei Bonn-Ups. Wo ich auch 20 verloren hab in der Drecks... Festen. Doch, ne, jetzt kommt auch noch so kackgute Launemusik, ey. Wie ist es, wie ich es liebe, ey. Das Level ist voll zum Kotzen und dann ist es so ekelhafte gute Launemusik, ey. Heise, ey. Was bist du für eine? Aber Yoshi kann natürlich wieder alles fressen. Boah, ja, genau. Renn mich doch um. Fick dich. Leck mich. Komm. Verpiss dich. Verpiss dich. Small. Goll. Goll. Sternkreis. Dankeschön. Oh, ne, nicht fliegen, ne. Ich mag nicht fliegen. Ja, Yoshi. Bäm. 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 Fick dich doch einfach. Oh, wow. Oh, wow. Das war so klar, dass mich das Vieh nochmal trifft. Und das war natürlich auch klar. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. genau. Oh, ey. Geh mir nicht auf den Sack, du Fotzenvieh. Ey. Mann. Schnauze. Schnauze. Mann. Könntest du durchdrehen? Ey, echt. Oh, ja. Komm. Geh zu Hause und halt das Maul, ey. Ich sag's dir. Fresse. So. Also. So. 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 Vielen Dank.